ein wunderschön willkommen zu einer neuen folge von phantasmagoria die harriet unsere haushälterin die noch in dem gleichen gab es das vorher schon kann mit ihr noch quatschen oder was die macht jedenfalls unsere sachen sauber vielleicht wäre es aber erst mal gut wenn sie sich ein bisschen säubern würde gut wir gehen mal weiter wir haben noch doch in unserem rundgang war das feuer vorher schon an ja glaube ja das war doch immer aus oder jedenfalls haben wir auf unserem rundgang noch einiges zu erledigen wie die letzten tage zuvor müssen wir doch noch mal gucken ob es eine neue weissagung gibt wo waren das jetzt hier die quatsch das war ja hinten ob es eine neue weissagung gibt bezüglich der wahrsagerin die da diese diese glücks keks sprüche da produziert und jetzt ist es schon hier cool ausfang jetzt aber weiter diesmal keine lange suche nach der münze die war einfach da was diesmal komm behalte deine geheimnisse für dich traue niemandem okay niemanden also auch nicht den zwerg hier oder was so oben haben wir eigentlich fast alles geguckt wir gucken mal draußen nach sie hatte glaube ich gesagt dass cyrus irgendwo rum turnt genau wegen dem wegen dem häuschen was wir gesehen haben ob es da einen weg gibt und der cyrus weiß bescheid also müssen wir gucken der wird wahrscheinlich ja wo wird er wahrscheinlich sein guck mal da nicht da geht es bloß raus da muss ich glaube ich lang guck mal in schuppen nach nee da ist nix ach da ist er da kommen wir dahin der ist auf der anderen seite vom haus also da lang da das sind so skurrile gebäude was macht er da genau spiel mal hat ach ach hast du meiner katze gemacht ich habe nur gespielt sonst nicht cyrus bitte spielen nicht mit ihm okay Äh, nicht abhauen. Wo ist er jetzt hin? Was ist das denn? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen hier. So, da ist er abgehauen jetzt hin. Boah, was ist denn hier? Achso, das ist das gleiche wieder. Okay, das brechen wir mal kurz ab. Aber, wo ist denn der jetzt hingegangen? Der kann doch nicht einfach abhauen. Oh, jetzt ist er... Hä? Hä? Cyrus? Ja? Aus dem Turmfenster habe ich ein Gebäude in den Wäldern gesehen. Irgendwo dort drüben. Ja. Es ist in den Wäldern. Kannst du mir den Weg zeigen? So eine schlechte Pfade. Ich springe immer drüber und so. Wo ist er denn jetzt hin? Hier nicht, ne? Nee. Hä? Oh, hier geht's jetzt lang. Aha, warte mal. Ich speichere mal jetzt ab hier. Wird mir sonst zu heikel. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Hier war ich da vorher noch nicht. Wo ist er hin? Äh. So, jetzt, jetzt, jetzt hat er mich abgehängt. Ich gehe doch lang, oder was? Ah, hier. Okay. Ah, da bist du ja. Äh, ich hab gewartet. Tut mir leid, Cyrus. Ich kam so schnell, es ging. Äh, ist in Ordnung. Schaut, dort ist er. Wie ich gesagt hab. Komm schon. Mhm. Ich weiß nicht, Cyrus. Das sieht gefährlich aus. Gibt es keinen anderen Weg? Nein. Vorsicht. Ich werde es festmachen. Äh, äh. Dumpf. Fassen. 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 Erstaunlich, Cyrus. Ich kann nicht glauben, dass du das warst. Jetzt geht's los. Wow, Junge, du bist stark. Natürlich war ich's. Ich bin's stark. Schau. Duh. Ich weiß. Ma sagt immer, ich hätte mehr Muskeln wie Hirn. Ja, nun, da hat sie wahrscheinlich recht, Cyrus. Oh, ho, 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 ho. Ich muss gehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nun ja. Ähm. Sie geht jetzt rüber. Gut. Oder? Einfach rüber gehen. Einfach rüber gehen. So. Rüber. Trau dich ruhig. Nimm den Baustamm. Kletter rüber. Ja, es ist hoch. Ich weiß, aber trotzdem. Mensch, der Cyrus, der ist diesen ganzen... Das, was sie jetzt da lang tippelt, ist der rüber gesprungen, ja? Hei, 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 hei. So, ich speichere mal ab. Dillüt. 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 Was ist das da? Ja. Was ist das? Was ist das? Eine Scheibe? Ne, eine Linse ist das. Okay. Äh, zurückpacken. Da geht's weiter? Gut. Okay. Was haben wir hier? Ein Fernrohr. Gehört das alles noch zu unserem Anwesen hier? Scheint fest zu sein. Muss aber zum Sterne gucken, so wie es ausgerichtet ist gerade. Ja, ich ahne schon was. Eine halbe Linse scheint zu fielen. Hm, okay. Dann kommt die Linse dazu. Ein Glück, dass wir sie gefunden haben. So, und benutze das doch einfach gleich. Mhm. Da ist ein Turmzimmer. Da ist noch ein Zimmer. Was ist denn das für ein Fenster neben dem Turmzimmer? Da scheint es wohl einen geheimen Raum zu geben, oder was? Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir eine Gartenlaube oder sowas. So sieht es jedenfalls. Ja, Gartenlaube, genau. Hui. Ja, Gartenlaube. Sultan, was machst du hier? Wolltest du etwas? Oh oh. Warum hast du... Sultan... Sultan... Lass mich in Ruhe. Ja... Oh! ...zu deinen Pflanzen! What the fuuuuck? Oh! Oh! Boah! Den Spachtel in der Gusch! Das ist gut gemacht! Also für damalige Verhältnisse ist es wirklich gut gemacht! Okay, wir gehen trotzdem hier nochmal rein, oder? Okay, da geht's raus. Da geht's rüber. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist das derbe! Es ist jetzt ne... Also die Technik und so und schon alt und so. Aber trotzdem, diese Idee... Ich möchte gar nicht mehr vorstellen, wie... Ich möchte gar nicht mehr vorstellen, wie... Wie bäh das damals war! Und allein die Vorstellung ist es ja jetzt auch schon bäh! Ja, also... Boah! So, können wir direkt... Nee, wir müssen wieder anklicken. Boah! Da hat der die mit dem Spachtel umgebracht und hat dann ihre Leiche entordiert. Oah! 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 Mann, 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 Mann! Los komm, das schaffst du! Jawoll! Und weiter geht's! Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Oah! 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 Ist wieder tonlos ist es! Eieieiei! Na gut! Ich mache an der Stelle ein Folgenpäuschen, dass der Ton dann nachher wieder funktioniert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Euer Firefox!